Schauen wir mal ob das jetzt funktioniert hat und herzlich willkommen wieder zurück in Fallout New Vegas im Ödland Mojave Ödland ja dann rufe ich doch mal auf meine Waffen also die war nicht drin das Reparaturset war nicht drin was mich eigentlich schon wundert weil komisch der Wurstbär ist auf jeden Fall schon mal naja Altmetall okay die haben halt unverschämte Preise muss man ganz ehrlich sagen Feldarbeiter Outfit warum ich das nicht reparieren kann da habe ich jetzt nicht geguckt ich sollte eine Unruh Stifter einmal Kopftuch umherziehende im Ödland Outfit Weltarbeiter Outfit naja das Western Ranger Outfit ja da ist jetzt wieder hier vom BitBoy fehlt das Stück vom Arm das ist ein roter Schal naja wenn er meint dass das ein roter Schal ist dann ist das so ach da fällt auch wieder das gleiche nochmal in grün ich habe nur diese schäbigen Dinge diese hässlichen Teile hier jetzt haben wir aber warum zittert die so warum schwankt die so da ist er ein sauberer Schuss in den Kopf kann man nicht mehr gern ehrlich und wir haben wieder irgendwas gekriegt dafür ja gut okay da müssen wir jetzt erst einmal wieder ja ich geh mal zu ich geh mal zu Tudi nein Novak gibt's einen Schrottplatz da will ich doch gar nicht hin da will ich hin da will ich hin Ali Dean hau die Partner naja trockene Kehle das kann ich ändern für das naja sie hat auf jeden Fall ja schon mal ein bisschen was wo ich sagen kann jawohl das reicht zwar nicht eine Laserpistole und sie hat nichts dabei eine Zündklamme kaufe ich dir ab die Waffenreparatursets müssen wir mal gucken ob die jetzt gehen die zwei Schrauber der Ranger holt die Pümpel Psycho Plasma Pistole Nuka Cola Messer Machete 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 lässiges Ranger Outfit wie lässig was weiß ich ich nehme das mal ich habe es ja glaube ich verkauft aber jetzt nehme ich es zurück Ledergürtel Lackierpistole Ledergürtel Kernspaltbatterie Glaskrug Fusel Briefbeschwerer auch nehme ich mal einen Briefbeschwerer Baseballschläger hm die Kanse haben schon mal dann habe ich den Schrott nämlich los Mendels Kanse haben ähm ja Legionärsrüstungen den Spielerhut den Spielerhut Wahrnehmung plus 1 Unruhstifter hier Kojote Kautabak Müdigkeit minus 30 Wahrnehmung plus 1 Bewegung plus 1 Ahja Jaja Brauche ich nicht wirklich Ich kann Zwecklinie brauchen ehrlich Frischer Mais das Gecko Feuergecko Ei die entladene Energiezelle klein hier bitteschön dann die Energiezelle Ja natürlich klar die Patronen die Magnumpatronen die 357er Patronen 11 Stück Pfff was soll ich damit anfangen der Bittertrank der mir im Grunde genommen überhaupt nichts bringt weil ich nicht weiß was es ist Effekt Nachtsicht brauche ich nicht Feuergecko Ei die Hülsen bringen eigentlich gar nichts aber gut okay ich lasse mal drin oh hier haben wir noch 10 und hier haben wir nochmal 28 dann haben wir die schon mal weg das Luftgewehr mit Gewicht 2 für 3 301 oh die 2 Stück äh ja weißt du was ja gut ich nehme das Luftgewehr zurück das war es dann eigentlich auch mal gucken was die noch so im Angebot hat die hat ja nicht wirklich viel ein Spielzeugauto hätte sie noch anzubieten wo war denn das ist jetzt nochmal ja ja gewehr luftgewehr geben sie mir bescheid wenn sie sonst ab Wiedersehen komm lass uns abhauen bevor die mich hier noch zum Kaffee einladen hallo ja ja mal gucken was der Lappen da drüben noch im Angebot hat aber ich glaube nicht ähm dass der großartig viele oder hohe Sprünge machen kann weil wir haben ihn ja schon ausgenommen in den Weihnachtsgans oder möchten sie Vorräte kaufen bei ihm habe ich nichts gemacht natürlich 45 Deckel was soll ich ihm für 45 verkaufen ich habe nichts für 45 Kernspaltungsbatterie natürlich die Laserpistole für 48 ach weißt du was kriegste 48 hier ist mir doch scheißegal ein weiterer zufriedener Kunde auf Wiedersehen ähm wo war denn eigentlich der Roboter wir hatten doch wir hatten irgendwo hier Camp McCarren Array Motel die Farm Bürokomplex der Waffenschieber sei es er der Waffenschieber Isaac alle Begleiter entlassen bist du wahnsinnig Hallo willkommen Sir Achschloch ich bin bereit was hast du nur 8.000 natürlich ähm du kriegst von mir persönlich erst mal dreht den Arsch und dann kannst du die Jagdflinde und die Dinger hier haben die Karawanenschrotflinde schiebe ich dir noch hinterher hier und das Ding hier und die Metallrüstung äh 742 Panzerbrechen 308 Patron Gepär dann kannst du die Metallrüstung haben mal gucken was du an 5,56er hast ich hoffe dass du 5,56er hast sonst naja 48 Kampfrüstung verstärkt Kampfrüstung Klebebänder 3 Stück die Minigern Hochgeschwindigkeitsmotor Oh 2x Tappendin 2x Wunderkleber Zündhütchen Kiste Klein Pistole Hm ist ne gute Frage ne Gewehr 4 groß Ja die Frage ist welche brauche ich für meine äh für meine 5,56er Altmetall Aktualisieren 276 hat er noch die Lackierpistole die Lackierpistole forget it Steiner des Fallobst und die Trapperbüchse ist was wert leck mir die Füße ok auf Wiedersehen dann kriegst du erstmal das Altmetall das Putzmittel gibst du mir zurück dann ähm die Hämmerchen die Lackierpistole Sensor Modul Splittermine Stromleiter der Benzin brauche ich Wunderkleber und Wurfsperre Wurfsperre sind nicht schlecht Zünder kann ich nie gebrauchen und du kriegst von mir Du kannst ja mal die Hülsen haben dann habe ich die schon mal nicht drin dann braue ich mich hier nicht und so der Plasma Gefender die Zuckerbomben kann er haben Bildkürbissamen wiegt nichts 0,02 das ist wie soll man sagen Hühnerfurt Heilpulver Ein Heilpulver reicht mir doch erst einmal Gegengift könnte ich auch mal nicht über tun wir müssen es ja nicht unbedingt auf die Spitze treiben die frische Birne die kann ich nüber tun den Mais tun wir mal nüber und die Brockblume die nichts gewichtmäßig ist naja wasch egal aufbereitetes Wasser 8 Pfund Abraxoputzmittel Atem Waffen Automatik Witz 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 Wunderkleber, Wunderkleber, Abraxo. Da ist es drin. Hm. Warum kann ich die nicht reparieren? Das weiß keiner, hm? Ich weiß es ja auch nicht, obwohl es drin steht. Hoppe, hoppe, Reiter. Äh, apropos, du hast noch eine Minigun von mir, ne? Uh, haben sie was Feines für mich? Ein Kleid vielleicht? Nee. Du hast noch eine Minigun von mir. Die hätte ich gern wieder. Und ein Superhämmerchen hat sie auch dabei. Zweimal Terpentin, Trennmesser, Daddy Bear, Wurzbeere. Die Zuckerbombe kannst du behalten. Vorerst, die später kann da das schmutzig Wasser. Whatever. Warum die schmutzig Wasser dabei hat, weiß ich nicht. Die Macheten. Den Ledergürtel. Auf jeden Fall. Und Altmetall. Das Dino-Spielzeug. Dreimal Klebeband. Apropos, habe ich eigentlich Klebeband? Nee, habe ich hier gegeben. Okay. Der Superhammer ist wert 2694. Alter Mann. Und das Messer 300, das Trennmesser 362. Oh, die ist auch am Arsch. Hallo. Okay. Die sind nicht viel wert. Die kann ich zum Reparieren benutzen. Sniper. Der linke Arm ist etwas länger. Oder sieht das nur so aus? Wenn ich mich dreh. Hier. Na ja. Egal. Ich ruf mal die Karte auf. Wir haben ja fast, wir bräuchten noch Todeskrallen-Eier. Kommt bestimmt jetzt. Wir haben ja fast alle Tiere schon durch. Skorpione haben wir schon. Die Geckos haben wir. Was kommt als nächstes? Willkommen zurück. Schauen wir über das Thorn Kreatureier. Haben Sie gute Neuigkeiten? Eier vom Feuer gekauft? Gut gemacht. Das Thorn ist Ihnen zu Dank verpflichtet. Ja, ja. Das Thorn ist Ihnen zu Dank verpflichtet. Gibt es sonst noch was? Das Thorn beauftragt seine besten Jäger, um eine seiner tödlichsten Kreaturen zu besorgen. Für Nachtpirschereier winkt eine stattliche Belohnung. Wo kann ich Eier finden? Nachtpirscher sind furchterregende Gegner. Sie sind außerdem schwer zu finden. Aber ich weiß von einem Nest in einer Höhle bei Bitter Springs. Oh, schön. Ich werde die Eier finden. Selbstbewusst. Das geht nicht. Bis dann. Ach, herrje. Der Nachtpirscher. Whatever der Nachtpirscher ist. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Was ist ein Nachtpirscher? Ich glaube, ist das ein Tiger? Nee. Bitter Springs ist da drüben. Mal wo aufs Ratten-Range. What the fuck? Was ist denn jetzt verreckt? Was war denn das jetzt gerade? Stärke Minus 1, Hunger Minus 73, Brat Plus 2, TP Plus 1, 15 Sekunden. Alles klar. Hatte die Kuh einfach erschossen. Aus welchem Grund auch immer. Ich weiß es nicht. Die war wahrscheinlich feindlich. Warum auch immer eine Kuh feindlich ist. Was haben wir? Subolos. Eine Nevada-Abgabe. Oder sowas in der Richtung. Was ist eigentlich mit den Rumsern? Waren wir da eigentlich schon mal drüben? Oder guck mal, Bananen? Jucca-Bananen. Da drüben ist auch nochmal Jucca-Banane. Oh, hier haben wir noch einen Baum mit. Honig-Mesquitschote. Da hinten ist noch eine Honig-Mesquitschote. Ich hole mir noch ein paar Bananen. Dann hole ich mir noch eine Schote. Dann können wir eigentlich weiter. Haben wir jetzt alles abgegrast? Ja, gut. Schön. Da oben ist auch eine Bananen. Da muss ich außen rumlatschen. Ja, ja. Was tut man nicht alles für ein bisschen Happa-Happa? Jäger und Sammler, die wir nun mal sind. Ja, natürlich. Da ist die Kuh. Raus, Hütte. Die Kuh ist nicht... Feindlich. Das freut mich. Das hört man gern. Das ist nicht so. Du bist tot. Apropos. Rauls Hütte. Ich würde zu gern wissen, ob da jemand drin ist. Achso. Baultime. Hier ist niemand, aber Kernspaltbatterien, Zündflammen, Schlüssel, Stromleiter. Oh, shit, hab ich das Ding aufgenommen. Ein Hämmerchen. Eine leere Wicken-Wiskyflasche. Öffne Sandssatz. Drei leere Flaschen. Schmutziges Wasser und frische Kartoffel. Gegenkifftlicht hier rum. Moment, ich mach mal Licht an. Oh, hier, ein Stimpack, ein Köfferchen. Ah, eine Arzttasche. Wer hätte das gedacht? Schlaf und Bett. Oh, Granaten. Munition, 9mm, 12 Patronen. Und 9mm, 9 Patronen. Aber keine Waffe dazu. Was hab ich denn da? Pistolen und Patronen. Mehl, eine Harmonika, ein Brettstein, zwei Bannen. Och, ich kann alles gebrauchen. Bis auf schmutziges Wasser. Ja, bis auf schmutziges Wasser. Reparatur brauche ich nicht. Macheten repariere ich nicht. Macheten brauche ich zum Reparieren. Was sind wir eigentlich drüber? Fünf Wohnzimmer drüber. Die Arzttasche wiegt. Was wiegt denn die Arzttasche eigentlich? Ein Pfund. Was haben wir denn? Pistolen und Patronen. Schusswaffen um drei erhöht. Hunger minus 36. Nimm, 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 nimm. Was haben wir eigentlich? Hunger? 90 und Durst haben wir 263. Hunger haben wir noch 90. Hunger minus 14. Durst minus 14. Durst plus 7, minus 14 und so weiter. Die Agave und Durst minus Hunger minus 21. 27 noch. Okay. Mal speichern. Mitkommen. Oh. Oh ja. Entschuldigung. Ach ja. Na, du garstiges Tierchen. Wir müssen aufpassen, dass diese komischen Viecher nicht auftauchen, diese Fliegen, diese komischen. Wie viele Punkte kriege ich denn dafür? 25. Der Tod lässt schön grüßen. So, dann hätten wir das auch abgeschlossen. Nicht wahr? Da ist noch einer. Oh, was ist denn das? Oh, es wedelt mit dem Schwänzchen. Guck mal, es wedelt, es wedelt, es wedelt. Es wedelt mit dem Schwänzchen. Oh oh. Für die Bruderschaft! Dome ist noch einer. Schade, er explodiert nicht. Hätts gedacht. Ups. Den haben wir schon erledigt, oder? Der ist doch tot, ne? Ja, der ist tot. Mause tot. Hier ist doch einer. Aber der zeigt sich leider nicht. Eieieiei. über die reifen platz schießen kommen da noch mehr so fischer was haben wir da auch so ein piktok gefangenen im motorraum sprengstoff schleichen immer mal fünf drauf schusswaffen geben wir zwei drauf reparieren gebe ich noch ein bündchen medizin könnte man vielleicht noch ein bisschen so gehen wir auf die trich auf 40 habe ich noch zwei stück überleben 23 mal 25 draus die schütze instinkt magazine und einen zusätzlichen durch fertig als bücher run and gun flinten chirurg aber nur bei schroffinden schnelles nachladen brauche ich nicht intensives training heller kopf der michael in kopf ist doch wurscht kriege ich mehr punkte mehr xp 10 prozent mehr das ist wichtig kann ich nicht sagen nein kann ich so nicht bestätigen da ist die pflanze die ich gesehen habe silberblatt nachtschatten ich bin dran vorbeigelatscht hier einmal banane bitte so was haben wir denn da vorne was haben wir denn hier schön die volt 34 die volt 34 sind wir gerade vorbeigelatscht und zwar ist sie da oben bei dem auto ja natürlich und zwar hier warum der das nicht keine ahnung hier ist die volt 34 11 erfahrungspunkte gut dann haben wir das nämlich auf der karte die volt 34 dann haben wir als nächstes hier irgendwo noch was wo ne drin steht hier wo nicht auf meinem radar ist ich habe das leider nicht auf dem zeiger nur hier unten auf dem radar ich speichere mal lieber falls da jetzt irgendwelche fischer kommen die wir nicht brauchen hier 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 da toteskalen Babys Ach du grüne Arne, es kommt angewettet! Fliege die Plätzen, Alter! 55 Erkrankspunkte und Gibt's so'n Bahndepot What ever Na, wohin mein Freund? So schnell!